so hi herzlich willkommen zurück zu einem weiteren stream mit grondorfmo 1 für die plästische nines er wir probieren ein bisschen aus im letzten part haben wir von den gg-league ein bisschen was geschafft ja jetzt versuchen wir halt die dritte fassung ja großartig und was so habe ich den sound bei mir ausgemacht ich habe mich gerade gewundert warum kein sound ist also eigentlich ist ein toyota ist das und ich suche die ganze zeit danach ob ich den vielleicht tun kann weil der ist eigentlich genau richtig weil er dreht sich halt nicht gut jetzt gerade war halt scheiße so kann sein dass wir überhaupt nichts an dem ändern können natürlich die mensch scheiße wäre das war die kohle hätten wer steuert sich natürlich auch ein bisschen schwerer das muss man dazu sagen so mit dem im brise haben wir gerade gewonnen das ist gerade im letzten part gewonnen ich weiß gar nicht zu welchen warum ist das aber kann sein dass auch der hier mal wieder nichts braucht nicht nicht Ach man, das ist gut. Wir können es mal probieren, also mehr als verkacken geht ja sowieso nicht. Also ich meine, ich habe die Cups schon geschafft, aber ich möchte sie ganz gerne in diesen Durchlauf haben. Ja, und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass ich die restlichen Rennen auch noch schaffe, so dass ich dann ja nicht auf 100% bin, aber dass ich alle Cups wenigstens Gold habe. Das ist eigentlich meine Hauptsache. Sobald ich das habe, Spiel vorbei. Weil mehr will ich gar nicht. In allen möglichen Rennen, die es gibt außer Lizenzen, möchte ich gerne Gold haben. Weil Lizenzen fahre ich nicht. Das war in Gran Turismo 1 schon einfach absolute Qual. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie schrecklich das war. Also die Teile danach hatten immer einfachere Lizenzen, aber Gran Turismo 1 hat es echt geschafft, scheiß Lizenzen hervorzubringen. Also in Form von die International A Lizenz. Klar, sie mussten eine gewisse Schwierigkeit gerade haben, bin ich voll dabei. Aber die Zeiten waren, also für mich war es einfach unmöglich. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Für mich war es unmöglich. So. Mal leicht entschleudern. Das ist nämlich was ich will. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, reicht, danke. Brauchst nicht drehen. Ist total unnötig. Einfach nur Gas geben und fahren. Alles andere stimmt schon so. Merkwürdig, dass er gerade irgendwie nicht so schlimm war. Und ja, jetzt so in den entscheidenden Kurken scheiße. Das ist so kurz vorm Ende halt, ne. Das ist so kurz vorm Ende halt, ne. Und ja. So. Das ist so kurz vorm Ende halt. Danke. Das ist so kurz. Das ist so kurz. Also ich freu mich tatsächlich auf Gran Turismo 4 durchzuspielen, wir werden es ja auch spielen so, bei Gran Turismo 3 weiß ich noch nicht, ob wir da alle Cups nochmal machen werden, das wird immens lange dauern, das kann ich euch sowas von sagen, können wir machen, wäre absolut kein Problem, das wird immens lange dauern und ich kann nicht versprechen, auch uns meine Migräne, ja ansonsten muss ich halt immer was anderes spielen, kommt das halt wirklich nicht regelmäßig, sondern kommt dann, wenn ich da zum Stande bin, muss man einfach so sagen, heute morgen hätte ich zum Beispiel gar nicht gezocken können, weil ich einfach so Kopfschmerzen habe, momentan geht's, auch das bleibt auch so, ja, also ich wollte heute so circa Stunde, zwei Stunden streamen, damit wir hier weiterkommen, weil ich habe jetzt hier neben, hier neben habe ich halt meine restlichen PS1 Games, das finde ich mir allzu viele, muss vielleicht mal nachzählen, wenn wir das dann hier haben, da sind leider aber auch noch ein paar Spiele dabei, die lange gehen, kann ich euch auf jeden Fall sagen, also da sind Spiele dabei, gehe ich stark von aus, dass die lange gehen werden, klar unter anderem Gran Turismo 2, kann ich euch ja jetzt schon mal spoilern, auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist die Limited, äh, Limited, sage ich schon, die Platinum Fassung, überhaupt kein Fan von Platinum Fassung, ich muss mir auch, äh, Final Fantasy IX nochmal, äh, nochmal besorgen, einfach nur, weil die CDs da geiler aussehen, wobei im Grunde brauche ich es eigentlich nicht, weil ich habe die PS4 Fassung, ich habe die Fassung für die Xbox, die einfach tausendmal geiler aussieht, ne? So, wie viel habe ich denn, äh, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Spiele habe ich noch, 10 PS1 Games, die wir noch zocken können, beziehungsweise müssen, ja, bis wir dann durch sind. Dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, kommt dann Xbox dran, da haben wir auch ein paar Spielchen, auch ein paar interessanter, muss ich sagen, unter anderem werden wir dann ein Wiedersehen mit Forza Motorsport 1 haben, ja, ich muss das Game durch haben. Und, das ist wirklich eine krasse Überraschung, ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Die Videos kommen bei euch gut an. Also, als ich das angefangen hatte, dachte ich so, als ob, als ob das gesehen wird, so. Ich dachte so, als ich das gestreamt habe, so, nie im Leben guckt sich das irgendwer an. Und dann gucke ich so, Leute, guckten sich das an. Ich habe sogar Abonnenten dazu bekommen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag oder wegen anderen Gründen. Also, ich habe auch sehr viele Abonnenten durch mein Need for Speed Most 20 Projekt bekommen. Also, vielen, vielen Dank. Also, wirklich, also. Also, da muss ich sagen, also, da bin ich sehr, sehr überrascht gewesen. Also, Need for Speed wird auf jeden Fall kommen. Also, die anderen Teile werde ich auf jeden Fall playen. Aber zu Anfang müssen wir halt erstmal diese Spiele hier machen. Also, ich wurde auch im letzten Stream am Samstag war das. Wir haben ja schon Mittwoch, ne? Am Samstag habe ich das letzte Mal gestreamt. Leute, Frühschicht. Frühschicht und ich bin im Arsch. Und ich bin wirklich im Arsch. Mir tut auch alles gerade weh, ey. Ähm, waren jetzt anstrengende Tage. Ich habe leider eine Sieben-Tage-Woche auch noch vor mir, ne? Also, ich habe jetzt drei Tage geschafft. Vier fehlen noch. Ähm. Ja, und Samstag und Sonntag sind halt die Ertesten. Also, diesmal wird es keine Streams am Samstag oder Sonntag geben. Ich würde gern. Ich würde wirklich gern, aber... Ah. Na, vielleicht Samstag. Hängt davon ab, wann ich zu Hause bin. Nein. 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 Warum? Warum? Macht keinen Sinn, dass er sich zweimal gedreht hat und genau an der Stelle stehen geblieben ist, die unvorteilhaft war. Das Kantorismus-Prinzip einfach. Das Ding... Nein. Warum? Ich lenke gegen. Akzeptiere doch das Gegenlenken. Gegenlenken akzeptieren. Mann. Ist doch nicht schwer. Check ich nicht. Das verstehe ich bei dem Spiel nicht. Du lenkst gegen, aber das Spiel sagt sich so nö. Das Ding sagt sich eiskalt nö. Was soll der jetzt? Und das ist keine schwere Strecke, finde ich. Die Forest ist eigentlich gar... Ist keine schwere Strecke. Kannst halt nur nicht viel Geschwindigkeit gut machen, finde ich. Das ist halt so der einzige Nachteil, finde ich. Danke, dass der Dodge gerade da war. Ich bin der Dritte, aber das macht mir nichts. Hauptsache eine relativ gute Platzierung. Klar, wer mehr rauszuholbar war und... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Satz sagen möchte. Hätte besser abschneiden können. Aber mehr ging nicht. Ah, ist nur 3000. Das ist ja jämmerlich. Das ist ja jämmerlich, wollte ich sagen. Jämmerlich. Das ist ja wieder. Ja. Dann würde ich nö. Okay. Ja klar, wir fahren ja erst in den Tunnel rein, deswegen gehen die anderen nach links. Nur mir ist es im Grunde echt komplett egal. Weil es halt auch egal ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Es macht keinen Sinn, sorry, aber es macht keinen Sinn, dass das Teil sich dreht, macht einfach keinen Sinn, so ist es ja nichts, was es dazu bewegen könnte. Das ist ja nichts, was es dazu bewegen könnte. Auf jeden Fall hätte ich viel früher eine Reihenfolge geben sollen, also von den Spielen her, weil einfach viele Spiele, die ich hier habe, sind einfach ziemlich erfolgreich, also für meinen Kanal erfolgreich. Man muss natürlich auch ein klein wenig an den Kanal denken, finde ich, also gut, das beeinflusst jetzt eben nicht die Auswahl. Vorher habe ich eigentlich immer gesagt, jo, das könnte bestimmt erfolgreich sein und so weiter. Habe ich wirklich gedacht so. Natürlich habe ich auch eine Spurweite von, auf das Spiel habe ich mega Bock. Aber ich hatte dann halt so eine gewisse Erwartung, die sich dann meistens nicht bewahrheitet hatte. Also von den aktuellen Spielen und so weiter, ich habe viele gemacht, total nötig, Kollege. Hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht, warum der sich gedreht hatte. Na. Ähm. Ich weiß noch, ich hatte auch ein Spiel direkt... Alter. Was ist mir aber... Du machst es mir nicht einfach. Du machst es mir einfach nicht einfach, dieses Rennen zu gewinnen. Und das schaffen wir auch wieder nichts erster zu werden, weil sich das Auto wirklich in den letzten Kurven so geil drehen musste. Wo ich mir ernsthaft denke, wie kann das sein? Ohne Witz, wie kann das sein? Was ist los, Alter? Ohne Witz. Wieder dritter. Check ich nicht. Also ich check nicht, wieso. So, wir haben jetzt noch ein Rennen. Das müssen wir auf jeden Fall erster machen, mindestens. Ja, es geht nur erster. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Gegner genauso scheiße bauen. Und Trimountain könnte schwer werden. Ja. Ne, auf jeden Fall. Ich hatte ein Projekt. Das war damals noch zur PS3-Ära. Hatte ich frisch zu Release das Spiel bekommen. Hab sofort angefangen, Parts aufzunehmen und diese auch hochzuladen. Und. Alter. Nein. Ich geb doch gar kein Gas, Kollege. Ich geb kein Gas, Kollege. Wieso drehst du dich dann? Check ich nicht. Warum kannst du nicht einfach Gas geben, super lenken, kein Drehen? Warum muss es sich immer in Drehen verwandeln dann? Kannst du dich einfach fahren? so. No joke. Ernsthaft? No joke. No joke. No joke. Ernsthaft? Vielen Dank. Ich muss gleich mal gucken. Also ich meine, das Ding hat immer noch nicht viele Aufrufe. Und seitdem ich dieses Projekt gemacht habe, kommen auch keine... Immer an den gleichen Stellen dreht sich das verdammte Auto. Ich glaube es nicht. Das ist ja richtig toxisch zu fahren. Hallo? Nicht zu wenig. Ja, auf jeden Fall seitdem habe ich keine aktuellen Projekte, also aktuelle Spiele mehr angefangen oder auch mir den Stress gemacht. Früh genug abliefern, so natürlich Qualität zu bieten. Und auch, dass man was erreicht in dem Spiel... Aber das hat mich sehr geschockt. Während andere dann leider sehr erfolgreicher waren... Ich denke mal, der springende Punkt ist einfach, dass ich wahrscheinlich nicht genug Abonnenten hatte zu der Zeit. Ich denke mal, das ist so der Hauptpunkt... Also das war jetzt großartig. Das war jetzt großartig, ey. Und ich habe gebremst dabei. Das Auto hat sich da nach links gerichtet. Ach man, nervt doch nicht. - Total diverse. Oh, nur einfach jetzt... Oh nein. Um dir zu euch. Ich gucke jetzt gerade mal. Das würde mich nämlich gerade schon interessieren. Natürlich ist der Letztplatzierte drin. Das ist doch dein... Ist das dein Scheiße Ernst? Wir haben beide gleich Punktzahl. Und du sagst mir, nö, Zweiter. Fick dich Gran Turismo. Einfach Fick dich. Was ist das für eine erbärmliche Scheiße? Wieso bin ich denn Platz 1? Bruder, ich verstehe es nicht. Warum? Warum bin ich jetzt Platz 1, obwohl da klar steht Platz 2? Ich meine, wenn ich jetzt wirklich gewonnen habe, freue ich mich. Aber ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Sorry, aber es macht keinen Sinn. Ach, bin ich eigentlich nett im Kopf. Da stand erster, weil ich erster bin in dem Rennen. Gut. Aber das ist möglich, da zu gewinnen. Mit dem Wagen. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Sechs Rennen. Das Problem ist einfach, wir haben kein cooles Wagen für sowas, finde ich. Jetzt verkacken kann man ja eh nicht. So, jetzt wollte ich gerade nochmal gucken. Okay. Ich habe jetzt gerade noch Ja, geht eigentlich Dass man aber bedenkt, dass das Projekt schon sieben Jahre ist Also fast sieben Jahre Also es gibt einige, die haben mehr Klicks Und es gibt einige, die haben nicht so viele Ja Aber halt mal interessant zu wissen So So Wir werden Das Rennen trotz Reicht's, die Swiper? Reicht's? Richtig unbezogen, Alter Ja, geht's? Ja, geht's? Ja, geht's? Ne, ich will mal gucken wer ähm wer da eigentlich so mitfährt, dass wir uns vielleicht mal umschauen können und uns inspirieren lassen, so wie es Bayern München macht, kaufen, äh schauen und kaufen, weil Kohle stimmt, Kohle ist vorhanden, deswegen kann man sofort kaufen. Kannst du dir nicht ausdenken alter, ich mag Hikes B dringend, aber die Strecke sorgt für viel Kopfschmerzen bei mir, ey. Ja, wenn wir an den Teilen noch vorbeifahren, das ist schon übel. Ja gut, immerhin haben wir den dritten noch rausgeholt. Oh, Lancer. Lancer. Platz 1. Ja gut, das ist kein schlechter Wagen. Auf jeden Fall nicht. So. Aber das Ding... Also wir gucken mal was ich jetzt gerade noch ähm... Wagen habe. Oh, ich habe so viele Vipers. Super. Camaro. Oh... Cool. Hm, cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss das erstmal speichern, kreis gedrückt auch noch ey. Ich muss das erstmal speichern. Das ist mir nie aufgefallen, dass das so einen Sound hat. So, was kauft. 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 So, was k meow. So, was kauf. So, was kauft. So, was kauft. So, I was kgado. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade. Die Doppeldrehung hat es ja mal wieder ausreichend gezeigt. Schade. Schade. Ich finde es auch heftig. Das... Das... Was soll ich denn jetzt sagen? dass irgendwie auch immer nur der gleiche gewinnt ist blöd also interessant so dass es jetzt ein Impreza ist der alles zerstört und gerade davor hat der Lancer alles vernichtet da ist so ein bisschen merkwürdig aber das ist so ein bisschen merkwürdig Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir gucken jetzt mal den mit dem Impresor. Das wird es nicht.